Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittwoch, der 27. September 2017, Geek Talk Daily, die 0212. Heute, Martin Pogipsi-Rechsteiner, mit den folgenden Themen für euch dabei. What's up in China, Dubai, Flugtaxi, Windows 10 Update, Siri zu Google, Schlüsselbund, iMovie und ein cooles Werbeplakat. Beginnen wir doch wieder mal in China und der unschönen Zensur, die da weiterhin herrscht und um sich greift. China hat nun nach bestimmten Videodiensten und Videotextnachrichten etc. das komplette WhatsApp vom Kommunikationbereich ausgesperrt und somit einen Schritt weiter in die unschöne falsche Richtung gegangen. Wir hatten es zu Beginn des Jahres, an der CES wurde es vorgestellt, ein autonomes Flugtaxi, also eine Drohne, in die man reinsitzen kann, ohne Pilot, die dann einen dahin bringt, wo man möchte oder man sollte. Das Ganze wollte in Dubai starten, von vielen schon als, ja, ja, macht mal, verschrien. Die ersten Testflüge wurden jetzt gemacht in Dubai und es soll weitergehen. Sehr, sehr speziell, wie das Ganze funktioniert und ich möchte auch mal reinsitzen. Bei uns auf daily.geektalk.ca ein Link dazu, zu dem Bericht. Dann, Updates. Wir haben ja gestern schon, oder besser gesagt, ich habe gestern schon berichtet vom OSX Update, also Mac OS Update, besser gesagt, OS X, wie das so schön heißt, genau. Da kam gestern Abend ja auch dann schon das erste iOS Update hinten nach, also mit kleinen Fählchen, die ausgebügelt wurden. Windows 10 bekommt auch ein September Patch für das Creator Update. Da ist einiges mit drin. Was genau das ist, auch das ist bei uns verlinkt in den Show Notes. Bei Apple hat sich einiges geändert im Hintergrund, Untergrund bei iOS 11. Eine der größeren Änderungen ist sicherlich, dass wenn ihr via Siri etwas sucht, also nach dem Motto, ja, Siri, wie ist das Wetter heute, etc., geht das Ganze, oder bis, ja, vielleicht das Wetter nicht ist ein schlechtes Beispiel, aber generell einfach Suchanfragen, die im Web enden, gehen nicht mehr über Bing raus, sondern über Google. Die einzige Ausnahme dabei ist nach wie vor die Bildersuche. Also wenn ihr nach einem Bild von einer Blume sucht, etc., werdet ihr nicht bei Google fündig, sondern immer noch bei Bing. Dann gibt es gestern ganz wild durch die Medien gerasselt und sicherlich heute auch noch den einen oder anderen Beitrag dazu in der Zeitung eurer Wahl. Ja, MacOS Keychain. Das Ganze kann ausgelesen werden. Also es gibt ja den Schlüsselbund, wo ihr eure Passwörter speichern könnt, wenn ihr dann machen wollt, besser gesagt. Das ist aktuell über eine App, über einen Dienst quasi auslesbar. Da gibt es ein kleines Video dazu, wie das machbar ist. Wie immer bei solchen Hacks gibt es aber ein paar Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Also der Angegriffene muss explizit eine App öffnen, von der er gewarnt wird, die zu nutzen, etc. Also ja, hoffen wir, dass Apple da auch bald ein Update bringt. Ist ja nicht nur High Sierra betroffen, sondern auch ältere Versionen. Gestern hatte ich es gerade noch im Zusammenhang mit der neuen Apple TV 4K Version und vom HEVC Support. Einen solchen gibt es jetzt mit Unterstützung für iMovie. Sprich, wenn ihr MacOS auf High Sierra updatet. iMovie braucht auch ein Update und dann könnt ihr den neuen Codec nutzen. Den Vorteil zu seinem Vorgänger, H.264, ist, dass zum Beispiel bei sehr hoher Bildqualität der Speicherplatz deutlich geringer ist, bis zur Hälfte geringer ist. Das klingt natürlich sehr, sehr, sehr verlockend. Und zu guter Letzt gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Damals zu der guten alten Zeit, wo wir uns noch leisten konnten, Plakatwerbung für ein Geek Talk Daily zu machen. Denn Spaß beiseite. Via Twitter haben wir ein schönes Bild vom Maurice, also vom Bodensee Kitchen, at Bodensee Kitchen auf Twitter veröffentlicht. Der macht auf Twitter, aber auch auf Instagram so coole Bilder zum kommenden Mac OS, also Mac OS, zum kommenden iPhone X. Eines davon ist eben ein Geek Talk Daily Podcatcher. Ganz nice Teil. Gefällt mir gut. Sowas könnte man am einen oder anderen Ende einer Stadt oder auch ganz in der Mitte aufhängen. Vielleicht gibt es dann noch den einen oder anderen Hörer dazu. In diesem Sinne, vielen Dank euch, liebe Hörer, für eure Rückmeldungen, Feedback, die ihr immer wieder mal gebt, auch zu unserem Daily Format, über Social Media, über Mail, welche Kanäle auch immer. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare, auch auf eure Bewertungen bei iTunes. Da würden wir uns deutlich darüber freuen. Und ja, wie immer, heute wünsche ich euch wieder mal einen schönen Start in den Tag. Seid erfolgreich und morgen hören wir uns wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.